So, da vorne wissen wir ja, da ist einer. Ja, kennen wir schon, komm. Quatsch, mich nicht so lange voll hier. So, und da vorne sitzt der in dem Jeep wieder. Den werden wir jetzt mal gekonnt ausschalten. Da sitzt er. Wir könnten eigentlich den hier mal machen, das... Und? Was passiert? Jawoll! Große Explosion und der Typ ist Geschichte. Tja, das ist doch wunderbar hier. Die Kombinationsmöglichkeiten und da werden wir ein bisschen getroffen. Und ich würde mal sagen, es ist mal Zeit für ein bisschen Speedrun. So, aber das reicht jetzt auch schon wieder. Da sind nämlich Gegner, da sind massig Gegner. Die sollten wir vielleicht einzeln ausschalten. Komm, wir gehen jetzt mal auf die andere Seite. Wenn es ab und zu mal ein bisschen ruckelt, so wie jetzt gerade zum Beispiel, dann ist das ganz normal, das hat dieses Spiel einfach. Das kann man selbst auf einem High-End-Rechner nicht 100% spielen, weil die Grafik-Engine noch nicht so ganz ausgereift war und man sie einfach zu überfordert hat. Aber ich finde, man kann sich mit dem Spiel einfach arrangieren. Wir spielen natürlich auf der höchsten Detailstufe. Was auch anderes bei so einem alten Spiel, aber... So, da sind zwei Leute. Und halten sich. Und der weiß Bescheid. Der Gelbe, der ahnt, dass wir hier sind. Der hat uns gehört oder gesehen oder was weiß ich. Da müssen wir auf den auf jeden Fall aufpassen. So, jetzt hier ist dieser Felsen, glaube ich. Ne, das war noch ein anderer Felsen, über den wir drüber gesprungen sind. Auf jeden Fall sind wir auf dem Dach gelandet und dann war das nicht gerade gesund für uns. Tarn-Modus aktiviert. Und ja, wie machen wir das? Wir gehen erstmal hier runter. Würde ich sagen, gehen hier in eins dieser Häuser rein. Ach, guck mal. Da hat sich einer durch die Wand geglitscht, glaube ich. Warten wir hier mal ganz kurz. So, da weiß einer, dass wir hier sind. Und da auch. So, einer wäre tot. Den anderen habe ich nicht erwischt, seltsamerweise. Da müssen wir nochmal ran. Ah, jetzt haben die hier wieder Verstärkung gerufen. Nicht, kann ich nicht. So, maximale Panzerung. Und weiter geht's. Komm, wir verwirren sie mal ein bisschen. Na, das war gar nicht gut. Was habe ich denn da gemacht? Und jetzt werfen die hier schon mit Granaten auf uns. Jetzt sollten wir mal vorsichtig sein. Sonst glauben wir gleich mal dran. Und da höre ich schon die Verstärkung mit dem Jeep ankommen. Deswegen verstecken wir uns hier erstmal wieder. Was haben die denn hier Schönes? Können wir... Noch mehr KVH-Truppen, die kommen auf Sie zu. Ich weiß es. Nicht nachlassen! So, der weiß, dass wir hier sind. Komm raus, Feigling! So, wir warten jetzt, bis da ein paar mehr sind. Damit sich das hier auch richtig lohnt. So, jetzt sind es schon drei. So, guckt euch das an. So wird das hier gemacht. So, und jetzt haben wir keine Munition mehr für diese Waffe. Ja, nix Granate hier, Kollege. Das, sowas machen wir nicht. Wir warten hier lieber. Ja, da sieht man mal. Die Pistole, die ist auch zu nichts gut. Oh Mann. Jetzt haben wir hier Probleme. Und zwar auch ein Mass. So, der wäre kaputt. Was mit dem Nächsten? Wo ist der Nächste vor allem? Da vorne war er. Wechseln wir mal wieder auf die AK. Wie gesagt, für die finden wir im Moment mehr Muni. Könnten uns mal einen Spaß machen. Ach, Mist, dazu. Und komm, den werfen wir mal in das Gebäude rein. Na, ähm, also. So ungefähr jedenfalls. Das sollte eigentlich ein bisschen cooler aussehen, aber das habe ich jetzt nicht hingekriegt. So, was haben wir denn hier noch so? Haben wir hier vielleicht eine Kiste Granaten? Das wäre mal ganz schön. Auf jeden Fall haben wir ein neues Auto, was wir gleich benutzen können. Und wir speichern mal einfach ganz dreist, wie wir sind. So, Munition und Granaten. Und hier haben wir eine Flasche. Tja. Und was ich einfach an diesem Spiel liebe, das darf ich ja bestimmt auch mal so sagen. Wir haben den Stärkemodus aktiv und jetzt passt mal auf. Bams, jawoll. Wir legen hier erstmal das Dorf in Schutt und Asche. Und wenn ich mich richtig erinnere. Ja, guck mal. Das haben wir jetzt nicht gesehen, weil ich zu blöd war. Nehmen wir uns mal noch eine Kiste und werfen das mal auf das Haus da. Oder auch nicht so ganz. Machen wir es nochmal. Komm. Und BAM. Ja. Coole Sache. So, da können wir nochmal in das Fischerhaus da rein. Mit Speed natürlich. Ne, das ist nicht so gut, das Tarnfeld gleich zu aktivieren. Wir haben ja überhaupt gar keine Möglichkeit mehr dazu. Liegt da ein Leiche? Ich dachte, da liegt ein Leiche unten. So, sind da schon wieder Gegner. Nein, sind sie nicht. Und wir gehen mal weiter. So, wir haben jetzt noch unsere Fäuste. Die natürlich auch stärker werden, wenn man sie mit Stärke kombiniert. Da können wir nachher... Komm, das zeige ich jetzt auch nochmal gerade. Wenn wir jetzt keine Stärke aktiv haben, dann sieht das ungefähr so aus. Das ist nicht so spektakulär, aber mit Stärke. Ah, 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 ah. Du, Haus, wir haben dich zerstört. Jetzt haben wir dich zerstört. Und... Na, also, sag mal. Sag mal. Ah, jetzt kommt das ganze Haus uns entgegen. Ja, gut. Ah, 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 ah. Ja, so ein bisschen Spielerei mal hier, ne. Das ist ja nicht verboten. Und warum steige ich eigentlich immer auf der Beifahrertür ein? Dabei fahre ich doch schon so viel Auto. Naja, eigentlich nicht. So, da vorne ist unser Einsatzpunkt. Wow. 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 Da haben wir jetzt noch ein Nebenziel erhalten. Und da sind schon wieder Gegner. Und was machen wir mit Gegnern? Richtig, wir nehmen sie aufs Korn. So. Ihr seid tot, habe ich recht. Besser ist es, Freundchen. Und jetzt... Wir sind hier auf einen Kontrollpunkt der KVA gestoßen. Da kommt die nun mit ordentlich Feuerkraft vorbei. Besorgen Sie sich ein paar Granaten. Das sollten wir vielleicht nicht so häufig machen. Hier einfach in irgendwelche Dinge reinfahren. So, keine Muni mehr. Aber dafür haben wir noch jede Menge. Der ist tot, aber der konnte noch nach Verstärkung rufen. Du bist auch tot, Kollege. Wenn wir Stärke haben und gleichzeitig eine Waffe haben, dann haben wir weniger Rückstoß. Das ist auch ab und zu mal ganz hilfreich. Na, was ist das denn jetzt hier? Na, kommt da erstmal hier der Jeep an? Oder auch nicht? Ich höre ihn doch. Da kommt er. Und Granate da drauf. Na, das war jetzt nicht so toll. Nochmal, Granate darauf und... Bäm! So regeln wir das hier in... Crisis. Ich muss mich mehr bewegen. Das bringt mehr. Aber ich sehe die Gegner nicht. Da ist er. Der ist tot. Und komm, nehmen wir mal so eine Schrotflinte statt her. Das ist doch auch mal was. Können wir mal neue Waffen zeigen und sowas. Wo sind sie denn? Am Strand, oder was? Ja, natürlich. Im Meer sind sie wieder. Das ist für uns allerdings nicht so gut. Weil, wie schon vorhin, wir können sie nun mal nicht so gut abschießen da. Aber es ist schon wieder so übel laut hier, dass ich dagegen ankämpfen muss. Aber, ach guck mal, eine schöne kleine Pistole. Wo sind sie denn? Da hinten sind sie. Egal. Vergessen wir die jetzt gerade mal. So, der Wagen ist auch kaputt, schätze ich mal. Der hat nämlich schon keine Reifen mehr. Und muss auf den Felgen fahren. So, komm, dann machen wir mal Speed hier rein. Und vergessen jetzt gerade mal die netten Kameraden auf dem Meer. Auch wenn ich ja eher der Strandtyp bin. Aber hier müssen wir jetzt gerade mal ein bisschen ausweichen. So. Und hier immer wieder Tiefflieger an uns vorbei. So, da vorne müssten jetzt auch wieder Feinde sein. Ja, das sind erstmal Autos. Da schleichen wir uns doch mal hin. Hier anständig. Wie wir es gelernt haben, oder nicht? So, gehen wir wieder hier. Knien wir uns hin. Ist das jetzt hier? Ne, das ist gar nicht die Schrottflinte. Die Schrottflinte ist das hier. Und, ne, das wollte ich doch machen. Was haben wir denn hier? Taschenlampe und Reflexvisier. Die Reflexvisier ist immer gut. Schauen wir doch mal, was wir hier so an Kameraden haben. Und da sehen wir schon den ersten wieder. Und den zweiten gleich hinterher. Ja, wie machen wir das, Freunde? Ich würde mal sagen, wir nehmen diese Waffe und rüsten da erstmal den Schalldämpfer aus. Und legen uns dann hier mal gekonnt hin. Na komm, leg dich hin. Und. Na, stirb doch einfach. Wieso stirbt der denn nicht? So, jetzt schauen wir doch mal. Wo ist er hin? Da kommt er. Er weiß nicht, wo wir sind. Das ist der Schalldämpfer. Es sind zwei jetzt sogar schon. Wieso treffen wir den denn nicht? Das ist ja ein Mysterium. So, müssen wir erst wieder aufstehen. Dann geht's hier weiter. Verstecken wir uns hier mal bei den Kisten. Ein Kisten ist immer ein gutes Versteck. Da erwartet uns keiner. Ne, hier findet niemand niemanden. Kollege, wo bist du denn? Bist du das? Tja, so einfach kann das gehen manchmal. Da hat man eine Kugel im Kopf. Ich wollte ihn eigentlich packen, aber das kam nicht. So, da habe ich mich gerade aus Versehen enttarnt. Das wollte ich gar nicht. Weil wir müssen ja da noch einen ausschalten. Ja, wir haben jetzt den Einschussmodus eingestellt aus Versehen. Mit X geht das. Und wir können hier auch noch Pfeile abschießen. Die lassen die Gegner umfallen. Das ist ein schöner One-Shot. Der hat aber auch einen Cooldown. Deswegen können wir den nicht unbegrenzt einsetzen. Und hier ist noch irgendwo einer. Aber erstmal suchen wir uns hier ein bisschen die Waffen zusammen. Na komm. Die Waffe können wir irgendwie nicht aufnehmen. Wo ist er denn? Hallo? Typ? Also, hä? Also laut Minimap müsste er direkt vor mir sein. Beziehungsweise das hier sein. Hallo? Typ? Hallo? Ihr seht das auch, oder nicht? Kann ich die nicht größer machen? Ja, doch. Kann ich, ja? Oh, ganz toll. Ne, wir sehen da keine Gegner drauf. Aber hier müsste irgendwo einer sein. Laut Minimap. Gehen wir hier mal ein bisschen ungetarnt durch. Durchs Gebüsch. Und da ist noch einer. Guck mal. Was macht der denn da? Der guckt sich ein bisschen die Landschaft an, wa? Egal. Dann gehen wir mal weiter hier. Der scheint uns ja auch nicht weiter zu beachten. Dann ignorieren wir ihn halt auch mal. Jetzt geht's hier ab in diese kleine Station. Ich bin jetzt im Übertragungswagen. Sehen Sie sich die Terminizer an. Greifen Sie auf Ihr taktisches Netzwerk zu. Okay. Ich bin drin. Starte jetzt den Download. Ich hab alles. Komme jetzt zum Treffpunkt. Gute Arbeit, Nomad. So, jetzt haben wir hier wieder Gegner. Na, Kollege. Der verträgt aber ganz schön viel. Der verträgt gar nichts mehr. Komm, nehmen wir mal die Schrotflinte jetzt hier. Und. Peng. Und nochmal. Na. Jetzt sind wir aber nicht mehr so toll. Nix, Granate. Können wir die zurückwerfen? Ne, können wir die? Scheiße. Ah. So. Nein. Das haben wir nicht überlebt das letzte Mal. So ein schönes Mistring. Egal. Der Speicherpunkt ist nicht allzu weit weg. Laut dieser Berichte haben sie die gesamte Zivilbevölkerung in ein paar Tagen evakuiert. Was verstecken die Kerle? Es wird noch besser. Wie es aussieht ist generic.